Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Zombies. Wir spielen eine Map, die heißt Probably oder so. Ich bin so gut mit Namen, ich weiß. Fantastisch. 1000 für die Tür hier. AK5 für 500 ist immer ein gutes Ding. Was haben wir hier? Shiva Las Vegas. Was? So. Kommen wir hier, Zombie. Sam? Ich kenne keinen Sam. Gut. Wir müssen mal einer Rasen mähen, das sieht ja gar nicht schön aus. Schauen wir mal. Okay, Box ist da hinten. Gut, bevor wir es vergessen, Like, Band drücken, Abonnieren, Kommentare hinterlassen. Dann seht ihr immer schön die neuesten Zombie-Videos bei mir. Okay. Nur mal so als Hinweis. Kommentare gerne rein. Gerne mal auch Vorschläge für andere Maps, die ihr gerne mal sehen möchtet. Das alles im Bereich des Machbaren. So. Für die letzten zwei Experten. Scheinbar ja. Gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, mehr hier. Immer noch nichts. Was ist das? Vesper? Ja, 12. 2000. Da ist die Box dahinter, wie es aussieht. Ja, das ist die Box. Wir haben Speed. Wir haben Double. Die Fillables oder einfach nur... Nein. Keine Fillables. Fünf von der Punkte. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sammeln... möglichst viele Punkte, um... Ja, was machen wir zuerst? Double und Speed und dann die Wand? Oder die Tür? Jetzt die Frage. Two Burster? Come on. Das ist nicht anders zu schaffen. Hätte ich diese Waffe nicht bekommen, wäre alles vorbei gewesen. Doch, jetzt haben wir es geschafft. Immer noch keine 2000 Punkte. Was wir brauchen, ist Double Points. Auf jeden Fall habe ich schon mal einen Drop gesehen. Auch wenn es nur die Dead Machine war. Vesper scheint gerade gar nicht so schlechte Idee zu sein. Was? 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 Click. Click, 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 click. Wait a minute. Wespe. Okay, habe ich jetzt die falsche... Nein, ich habe nicht die falsche Waffe weggeschmissen. Gut, haben wir das. Ich brauche Double Tap. Habe ich schon. Nein, nichts Double. Mensch, was rede ich denn schon wieder? Ich bin schon wieder total durch den Wind. Okay. Was ich brauche ist... Beat Cola. Und mal eine Max Ammo. Double Points. Ja. Ist das schon mal die halbe Miete? Okay. Komm schon. Komm Zombie. Streng dich mal ein bisschen an. Das ging doch schon mal alles viel besser. Komm on, come on, come on. Die Bombe. Bombe. Äh. Äh. Uninteressant. Äh. Gut. Nächsten 2000 Punkte sind auf jeden Fall... diese Tür. Und dann hoffe ich mal, dass wir irgendwie die Möglichkeit finden... hier nochmal Jack zu kriegen. What the what? Oh. Das sieht doch mal vielversprechend aus. Come on. Das ist doch noch nicht alles. So, hier noch die letzten zwei Experten. 25.000... Teleport away. Ach. Crap. Gut, was ist das hier? KN? Zehnmal besser als das. So, wir haben ein Pack. Wir haben eine Box. Wir haben 25... 25.000. Das ist so eigentlich eine gute Zahl... für ein Ending. Ja, wir brauchen auf jeden Fall... Jag... Geh. Mein Gott. Kann da hier nicht einer mal ein Rasenmäher rausholen? Das geht doch gar nicht. Hör mir was, aber es ist keiner da. Und da war doch einer. Kaboom, I say. Let's get some... Jagalicious into me. Good. Wir haben all unsere Perks. Ich würde mal sagen, wir machen wenigstens... noch... wenigstens noch ein Pack. Wo rennst du hin? What the heck? What the heck? What the heck? Wird doch gar nicht an hier. Dann gucken sie mal einer an hier. Popping heads for days. Ups. Tü-tü-tüdelüt. Eins und zwei ist vier. Come on. Du bist der letzte Horschi hier. Du bist der letzte Horschi. Wir brauchen mal ein bisschen Vespe. Put some Vespe in your face. Oh, wir drehen nicht an der Box, weil wir haben zwei einigermaßen vernünftige Waffen, auf die wir uns verlassen können. Draußen ist es gefährlich. Oh ja. Double point. Double point. A deadman. Schienen Double that machine wo seid ihr Kommt raus Komm schon What the heck Good K.N. It is Punch your fist into the air give me something good. Ich mach die Musik selber Das nächste Winter Album ist bald draußen What the this Nein Gott nochmal Komm schon Das kann doch nicht alles gewesen sein Hängt euch da mal ein bisschen an What the what What the what What the no Okay Das war eine interessante Map Ihr habt alles gesehen was es zu sehen gibt Mit zwei Leuten locker zu halten Alleine Etwas schwierig Aber wenn es euch schon gefallen hat Like Button drücken Abonnieren Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Kommentare nicht vergessen Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann